Am 2.12.2022 um 16.59 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn zu einem gemeldeten Gebäudebrand auf die Diekburger Straße in Beulost alarmiert. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass jedoch nur Essen angebrannt war, sodass der Einsatz schnell beendet werden konnte. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Löchanheiten 2, 21, das Hilfeleistungslöchfahrzeug 1, der Rettungswagen 2, 1 und ein Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.